So, und wieder raus. Gut, unten war glaube ich nichts, wenn ich mich rechne im Sinne. Also, von wegen Weg meine ich es jetzt so nicht, dass ich meine, ja. Weil ich weiß ja so oder so nicht, wo die Dinger sind, weil ich ja das noch gar nicht gemacht habe hier. Ja, genau. So, ansonsten... Ja, Leggy. Ich glaube nicht, dass ich darüber komme. Ne, komme ich noch nicht. Aber ich kann... Ah, Moment, ich kann doch bestimmt... Nicht gleich, wie ich da bin. Äh, ihr Schräg springen oder nicht hier lang, genau. So, 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 so. Nett. Leck, 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 leck. Ich glaube, der Weg da oben, da war, da ging es noch weit, äh, also noch rein irgendwo, ohne dass ich... ...hoffe ich zumindest, weil ich hab keinen Bock immer den falschen Weg oder den richtigen Weg zuerst zu gehen. Ne, genau, das war das. Oh, komm, das muss ich eh nicht, das muss ich eh nicht sehen. So. Will. Dieses, in Anführungszeichen, Labyrinth. Das überhaupt keins ist eigentlich, weil man kaum, weil's kaum Abzweigungen gibt. So. Aber ich geh mal davon aus, dass da... ...dass hier anscheinend mal nichts liegt. Ne. Nöp. Okay, dann weiß ich, hier muss ich nicht rein. Yeah. Okay, da ist nix. Fehlt eh nur noch einer, sehe ich gerade. Schalalala. Arsch. Ja. Erst. Dann. Dann. So, dann wollen wir hier durch. Ah, okay, hier könnte noch einer sein. Nicht ins Lava fallen, ins Lava, nein. So, der andere, der Mitspieler könnte jetzt theoretisch schon den anderen machen. Ich muss hoch. Oder auch nicht, also hier oben ist ja eh nichts, aber trotzdem. Ham. Scheinbar ist doch... Das Ding doch nicht hier. Mal schauen, ob wir zurückkommen und wie weit. Gut. Arr. Ich kann auch den nehmen, der ist schnell. Woho. Hier sind auch noch ein paar Leute. Ein paar Leute. Hm. Ziehveränderwart, nö. Ach, den gleich mal. Bringen wir uns mal eben schnell um. Aber nur um zu gucken, ob da was ist. Man braucht ja hier lange zum... ...wiederbeleben. Gut, hier ist nichts. Ich finde, dass man irgendwie wieder komplett zurück an Anfang kommen kann. Das finde ich sehr gut. Naja, hier drin war ja nix, wollte ich gerade sagen. Mhm. 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 Die Frage ist natürlich jetzt die, wo kann der Scheiß sein? Vielleicht irgendwo am Anfang noch was, aber... Also hier irgendwo in irgendeinem dieser Dinger. Das heißt, ich gehe jetzt mal so, dass ich da reingucken kann. Mal hier. Dann gleich drüben auf der anderen Seite. Okay. 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 Also hier diese Seite. Nein, nein. Nö, nö. Weil auf der Seite habe ich nämlich nicht geguckt. Eben. Hm. Hier ist aber auch nix. Hier oben war auch nix. Ähm. Ja. Gut, hier war... Das sind wir hier hinten, glaube ich, war auch nix mehr. Hier. Hier drüben war ich hier bereits. Da oben drin, da war ja einer. So. Scheiße. Scheiße. Kann das die nicht, die können... Achso, die Dinger können nur schweben. Achso, na dann. Moment. Verdammt. Ich frage mich, ich will das mal... Achso, na dann. Egal, nee, jetzt ist es jetzt egal. Ich wollte eigentlich wissen, wo das Ganze... Oder wann hier das Ding wiederkommt. Ach, natürlich. Äh, so. Nein. Da oben drin war ich ja auch schon, da war auch nix. Also muss das irgendwo weiter vorne sein. Aber da hinten war ich natürlich später. Im Verlauf des Spiels, jedes Levels. Das ist ja, das ist ja. Aber da hinten war ich ja auch schon. Ich frage mich.